Hallo Freunde der Sonne, ich bin FreshFrice und ich präsentiere euch heute 5 Arten von Wallercoaster Tycoon Gamern. Der Achterbahn Junkie Der Achterbahn Junkie baut die krassesten Achterbahnen. Zu steile Abfahrten gibt's für ihn nicht, zu viele Loopings, ach Quatsch, scharfe Bremsen unbedingt. Der Sadist Der Sadist lässt seine Besucher den Park nie mehr verlassen. Er setzt Parkbesucher irgendwo mitten im Park aus, bis sie irgendwann sterben. Der Warteschlangen Fanatiker Der Warteschlangen Fanatiker hat die längsten Warteschlangen der Welt in seinem Park. Für ein Karussell geführte 10 Jahre anstellen, kein Problem bei ihm. Der Freizeitpark Freak Der Freizeitpark Freak baut seine Lieblingsparks aus dem echten Leben in Wallercoaster Tycoon originalgetreu nach. Er kennt jede Ecke auswendig und setzt es perfekt um. Der Schuldner Der Schuldner kann seine laufenden Kredite im Spiel nicht mehr bezahlen und geht mit dem Park pleite. Er ist total überfordert, die Ausgaben auch wieder einzustieren. Das war's für heute von den 5 Arten von Wallercoaster Tycoon Gamern. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keines der 5 Arten Videos mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Schaut auch bei meinen Let's Plays vorbei. Auf der Endcard findet ihr wie immer Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus und den Abonnieren-Button. Schaut auf jeden Fall bei meinen Social Media Kanälen vorbei, denn dort gibt es immer alle Neuigkeiten. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch nun noch einen schönen Tag, sage bis dahin, haut herein, ciao! Ciao!